Hallo und Servus. Willkommen zurück im Morave Ödland. Im Ödland von Nevada. Im Ödland mit den übelst schwarzen Bergen. Im Ödland mit einem Haufen Ghoulen, die mich gerade weggeschnitzelt haben. Drei, viermal. Ok, das waren ich glaube ich zweimal und dreimal. Die Frieden steht auf jeden Fall noch einer. Und unten ist noch alles voll mit Leuchtenden. Der checkt's, ne? Den hat's erstmal fett weggeirrt. Ein altes Atom-Test-Gelände. Früher sind noch ein Haufen Leuchtende. Jetzt haben wir hier. Ok. Jetzt haben wir hier. so lange die anderen kommen ist das alles in ordnung da haben wir ja relativ und schlechte karten oder und gute karten wir haben hier gerade ordentlich reds ja ja ist mir schon klar dass wir nicht wollen wir nicht zu lange abhängen großes buch der wissenschaft wir haben eine ordentliche streuen krankheit das ist alles voll mit den fischern oh gott so die scheint so weit zu gehen mir nicht alter ja rein auf jeden fall noch ein paar kuhle rum vor ist was für kuhle das ist eine molle das ist ein olden das ist ein olden Wir haben schon fast alles an Munition aufgebraucht, nur um uns hier durch die Kuhle zu schnetzeln. Weiß nicht ob das Munitionsgegnerverhältnis da so, da drüben sind auf jeden Fall andere welche. Scheinen auch erstmal vorerst die letzten zu sein hier, ich hab jetzt noch keine weiteren roten Punkte auf dem Visier, aber wir haben natürlich auch keine Munition mehr. Haben wir hier noch Munition für? Wir haben nichts mehr. Waffen. Okay, da macht die alle selber kaputt. Okay, das Cowboy-Revitier ist schon ganz lustig. Da unten ist eine Herbe. Wir haben es doch geschafft. Wer hat ja Zweifel, dass ich das hier durchschaffe? Also ich? Ne. Hallo? So. Mit Bravour gemeistert die Aufgabe. Obwohl wir hier nicht sein sollten, ne? Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Eigentlich wollten wir doch. Ja, hier lang wollten wir sowieso. Die Straße wollten wir lang. Ja, du. Haben wir eine kleine Ausschweifung gemacht. Ich meine, da dorthin müssen wir sowieso. Irgendwann mal in die Stadt, weißt du? Weil da können wir ja auch noch mal eine Quest erledigen. Gehen wir jetzt in den Bauernhof hier. Ja. Was ist das? Ach, was ist denn das? Wie ist das? Ich weiß. Aber ich weiß nicht, was sie haben. Okay, das so ist das. strahlung wie macht es auch nichts aus ist unsere strahlung entfernen lassen oder mal was haben wir eigentlich an munition jetzt noch da so gut wie gar nichts wir haben jetzt hier noch ein granatwerfer das wars dann sind wir out of ammo nix auto munition wir brauchen munition werden wir wieder kaufen müssen wenn wir dann wieder welche hat hier ist ein feuer großzuhren haben wir hier auch noch die bringe aber glaube nicht allzu viel wenn ich das so sagen darf an erfahrung deswegen lassen wir die machen wir uns nichts getan wir gehen mal die straße weiter entlang wo ist denn der typ den wir hier oben runter geschossen haben lichter oder das ist oder kleidung reparieren waffen messer reparieren das war's schon so traurig der machine bleibt bei uns granatwerfer das kann sein cowboy repetier ist gerade unsere einzigste verteidigungsmöglichkeit auf fernangriff das ist jetzt nicht so geil ich dehydriere ich dehydriere ich dehydriere hier oben haben wir oh scheiße oh scheiße oh scheiße 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 da ist gewesen wenn die jetzt hierher gefolgt werden das hat mich das hätte man überlebt kein meter ich habe fünf schuss für mein cowboy repetier und das war's fünf schuss für das cowboy repetier da haben sie etwas kaufen da kommt ihr nicht bei mir also die äh kronkuchen hat doch schon mal das ist gut oh die kriegt 1000 ja die bringt dann mal fünf hohen wort noch ein paar fünf millimeter patronen die panzerbrechende haben wir hier menschenfleisch das war mal näher sonstiges ja ja das habe ich nicht zugehofft ok wird noch nischt wird noch nischt 111 dollars der machine behalten wir natürlich auch lange behalten wir die legions trocken und bald mal hoch bald mal näher kommen müssen wir jeden fall falschen nach oben bringen also von hinten aus wird er nach dort erder von caesars unterschlupf nach wir machen es von caesars unterschlupf caesars wir machen es von 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 caesars nicht wir machen es von caesars ganz groß war noch ich weiß es nicht ich gucke es sind Schakale oder wie die Typen heißen hier oder Weibers ich bin schon wieder die Typen blöde jetzt nehmen wir mit Trüben scheint noch mal coole zu sein so guck mal ja klar verbreite deine Munition genau hier nicht klar ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal tschau mit wieder plus weil plus ist auf nochmal beenden